Hallo Leute und Willkommen zu meiner allerersten Folge Minecraft. Und ja, ich bin auf dem Hypixel Server, das ist mein Skin wie ihr seht und heute habe ich Lust eine Runde Survival Games zu spielen. Ja, ich bin schon VIP hier auf dem Hypixel Server, habe auch schon meine Kids ein bisschen abgegradet und natürlich auch schon gespielt ohne Ende. Und ja, mir macht dieser Modus eigentlich fast am meisten Spaß, den könnte ich rund um die Uhr spielen. Und ja, ich spiele mal Cthulhu Island, ich hasse die Map. Also die Map ist cool, aber der Name ist so Cthulhu Island, sage ich mal. Und ja, ich spiele jetzt alleine, weil es ja auch mein erstes Video ist. Und ich nehme mal das Toxologisk-Quid, das habe ich jetzt Level 5. Da kriege ich Steinschwert und drei Vergiftungstränke und ein Regenerationstrank. Ja, und mal gucken, ob ich noch eine zweite Runde danach mache, weil ich bin nicht so super gut im PvP, aber wie ihr mal meine Statistiken sehen konntet, habe ich auch schon ein paar Mal gewonnen. So, ich laufe jetzt erstmal hier rechts runter, weil ich mache das eigentlich immer, egal bei was für einer Map, einfach rechts runter laufe. Also, egal wo ich hier starte, bei Cthulhu Island, einfach rechts runter. Oder? Okay, toll. Du, äl yeah, toll! Nicht eine Kiste, was nicht so toll ist... Aber zum Glück ist hier ein Haus, ... ...á, ne Kiste. Nee, sah also komisch aus. Ah, hier bin ich, okay. Jetzt weiß ich wenigstens, wo ich bin. und er ein Holzschwert. Aber ich kriege ja jetzt eh mal ein Kit, da kriege ich ein Steinschwert, also hilft mir das schon fast gar nicht. So, meinen Inventar sortiere ich immer. Ich packe auf die 1 in meinen Bogen, 2 Steinschwert, 3 und 4 die Tränke, 9 Kompass, 8 Pfeile und und ja. Okay, die ist schon leer. Muss ich mal gucken. Dann ist das Haus hier auch schon leer. Okay. Oh, irgendwas ist gerade los. Normalerweise legt das nicht so. Dann vielleicht wenn ich gerade Aufnahme mache. Ich weiß nicht, ob ihr den Einkaufs-Sound hört. Muss ich dann nochmal nachgucken nachher. Ich gehe jetzt erstmal hier hoch. Da oben ist ein Spieler. Also ich bin mit Optifine und mit Foxen-Map noch. ähm, ja. Ich finde es eigentlich einfach nur hilfreicher. Ist gar nicht, äh, ich finde es gar nicht mehr so schlimm, das zu benutzen. Weil, ich meine, ich sehe halt nur, wo ein Spieler ist. Das kann ja auch mal ein Kompass machen. und, ja. Mal gucken, ob wir den jetzt kriegen. Wenn ich wüsste, wo der hingelaufen ist. Oh, er hat Essen noch hier gelassen. Danke. Ich würde immer gerne ein Essen-Vorrat haben. Ähm, ist er hochgegangen? Ich hoffe, ich stelle mir jetzt nicht so schnell. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ja, sehr schön. So, jetzt schnell hier hoch. Oder legen Bogen. Kriege ich den? Ich glaube, ich habe den. Ich gehe jetzt mal hier auch noch hoch. Oh, das ist ein guter Tor. Oh, schön. Schöne Sachen. Noch Vergiftungstränke. Sehr gut. Ein Bogen. Ich muss mal mein Inventar sortieren. Ich packe mal jetzt den ganzen Müll, den ich nicht brauche, da rein. Habe ich keine Kettenschuhe? Oh, Mann. Ähm, dann packe ich mal die acht gebratenen Fische hier hin. Das da hin. Also, das ist alles in Ordnung so. Ich packe mal noch mehr Essen weg, dass ich die Vergiftungstränke hier nehmen kann, auf die fünf und die sechs. Das kommt auf die sechs. Sechs. Oh. Vier. Das kann man dann im Internet sortieren. Das hasse ich manchmal. Da ist noch ein Fisch. Hast du mal aus Entfälligkeit hergestellt? Ich glaube nicht. Ne. So. Also, ich habe sie normalerweise nicht hergestellt. Keine Ahnung, was da los ist. Ich mache mal so. So ist perfekt. Habe ich zwar nur ein Feld für Essen, aber ich brauche ja nicht mehr. So, ich habe einen Level. Leider war hier kein Verzauberungstisch drauf. Und ja, ich habe jetzt noch ein billiges Headset. Ich habe ein teureres noch. Das habe ich jetzt hier. Ach, hier sind die hingefallen. Ich habe ein teureres. Das benutze ich gerade bloß nicht, weil ich mit den Einstellungen nicht klarkomme. Das ist von Rocket. Und das ist irgendwie ganz schön. Also, es ist natürlich High Quality, aber es ist sehr schwer einzustellen. Und daran muss ich noch ein bisschen arbeiten. Und ja, ich spiele mit einer Rocket Maus und Rocket Tastatur. Weil ich so ein Fan bin. Wie man merkt. Ähm, ja. Mal gucken, ob hier oben schon einer war. Wow. Eine Kiste. Oh, Äpfel. Und Weizen. Ich würde immer euch raten, wenn ihr Weizen habt, versucht, irgendwo nachher ein Crafting Table zu finden. Sobald ihr einen habt, einfach Brote machen. Weil das finde ich am besten. Und wenn ihr noch ein paar PvP-Tipps habt, oder wenn ihr einen Kanal habt, und da PvP-Tipps ein Video hochgeladen habt, ähm, schreibt es in die, schreibt es in die Kommentare, schaut es mir an. Und ja, ich würde mich auch dann freuen, wenn ihr das machen würdet. Und ich glaube, ihr freut euch auch, weil, wenn mir dann euer Kanal noch gefällt, habt ihr ein Abo mehr, habt ihr noch Likes mehr. Ja. Und das ist es dann. Ich sag dir, also ich wollte noch sagen, was ich noch so machen werde. Also ich hab ja schon angesprochen, Minecraft-Server das meiste. Und dann halt auch mit den Freunden, die ich schon in der Beschreibung auch von der Kanalvorstellung hatte. und na, eigentlich kann ich da nicht mehr sagen, weil es ist halt genau das, was ich machen werde. Und ja. So, ich will jetzt hier weg. Äh, halt. Ups, Weizen. Ich will jetzt Richtung Sporn laufen. Dann muss ich aber erst mal hier hoch. Ich muss hier hoch, okay. Schaffe ich schon. Meine Güter. Acht Spieler leben noch. Ich muss, ich weiß gar nicht, wie lange die Aufnahme schon geht. Dafür nicht über eine Viertelstunde. Weil sonst kann ich nicht hochladen. Ah, ich kann zwar, sonst sind zwei Teile versuchen zu schneiden. Genau, und wenn ihr irgendwelche Kanäle habt, wo man Tipps oder Tricks hat, wie man irgendwelche Sachen schneidet und so, irgendwelche Sachen dafür, ähm, sagt bitte Schleid. Okay, da ist ein Team. Schießen, schießt mir einen Pfeil. Au, ich lauf mal. Hey, wo kommt mich das Team noch? Und dann wäre die Folge schon vorbei, was ich doof finde. Oh mein Gott. Nein, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Nein. Da hat der Typ mich runtergeschlagen. Wo ist der? Da. Oh mein Gott. Ich wollte es noch versuchen, hier in Lilian zu kommen, aber wir machen so viele gute Sachen. Sechs Spieler leben noch. Toll. Ja, und er kann hier locker runter. Ähm, ja, das war leider eine nicht so gute Runde. und, ja, wenn die Runde euch trotzdem gefallen hat, gebt bitte ein Like oder ein Abo. Ich würde mich über beides freuen. Am besten auch beides zusammen natürlich. Ja, das war für meine, das war es mit meiner ersten Folge auf einem Server, Hypixel natürlich. Und, ja, schaut auch mal bei meinen Freunden vorbei. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.